F**k Er hat mich fast gemässert Digga, komm Ja, unterhalt mich nur grad'n bisschen Wo war der? Ich hatte grad' das Glück meines Lebens Mit so einem krassen Aim-Fail So, wenn das nicht meine Cam wird, ne? Nein, auf 22er! Er spawnt dann hinter mir! F**k Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem Commentary Und ich kann's gar nicht fassen Ich hab' jetzt endlich meine erste Cam-Strike erreicht, Leute Und ihr seht hier schon die Streak Und ich werd' gleich noch die Live-Reaktionen dann ab der Hälfte oder so einblenden Und erstmal kurz zu der Klasse Ich hab' hier mit der AK-12 gespielt, mit dieser Spur-Tarnung Keine Ahnung, wie die heißt, auf jeden Fall Coole Tarnung mit der Netz-Tarnung Aber ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall hatte ich keine Aufsätze da drauf Weil ich mal, ähm, mir die Waffe auf Gold spielen wollte Und deswegen halt dieses eine, ähm, diese eine Tarnung da freischalten wollte für War eigentlich, äh, trotzdem recht nice die Waffe Vor allem auch ohne Griff bockt die trotzdem richtig Und die Perks waren Vorbereitung, Stalker, Schnellziehen, Totenstille und Konzentration Habt ihr ja, ne, habt ihr glaube ich nicht gesehen Wählt ihr aber, euch nochmal anhören können Dann einfach ausprobieren, also es bockt auf jeden Fall Und im Specialist-Perk, äh, Slot waren dann einmal Verstärker, Plünderer und Fingerfertigkeit Und, ähm, wenn man den Spezialisten-Bonus dann erreicht hat Oder als ich ihn erreicht hab, hab ich dann noch weiche Landung, Visier und Meisterschütze dazu bekommen Und ich sag euch Leute, Meisterschütze ist, äh, zieht zwar 5 Punkte im Specialist-Slot Oder im Specialist unten Und ich würd's eigentlich auch eher empfehlen, dann als letztes Perk Dann vom Specialist, äh, von den Dreien mit reinzunehmen Damit man nicht so viele Punkte verschwendet Aber es ist trotzdem echt nice Und hat mir auch das eine oder andere Mal den Arsch gerettet Und ich hab auch echt Glück teilweise Und, ja, also wenn dieses Gameplay hier nicht ein Daumen wert ist, dann weiß ich auch nicht Also, ich hab mir das so zusammengeschwitzt Das erste Mal jetzt mein Camp-Strike Und, ihr habt's ja gesehen, die Runde davor bin ich auch kurz vor Camp gestorben Und hier jetzt auch den Specialist-Bonus erreicht Und ich muss sagen, ich war relativ leise in dem Kommentary Ihr könnt euch ja mal die Kopfhörer aufsetzen und das mal so mitverfolgen mit den Schritten und so weiter Und ich wünsch euch viel Spaß und haut rein Ey, Max Fuck! Ruhe gerade Hier Junge, ich bin gerade auf Streak Ja, ich bin leise Hilfe 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 Nein Alter, die werfen mir hier die Nades rein ins Haus, ne Das ist nicht mehr normal Pass auf, pass auf Junge, der kommt nicht Hm Das ist die Lobby des Todes, Mann 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 ist das ein Ernst abkämpft also direkt tot wenn ich nicht aufgenommen habe schreie ich Alter, du überschreitst man nicht, du alter BAM NEGA Max und Max, meine Freunde Triple Nuklear Life Gute Runde meine Freunde, Dankeschön Schnauze, man Er schreit Schnauze Endlich, man, endlich Du warst bestimmt kein bisschen rot All die Schnauze, man Jungs, man Warte, ich push jetzt erstmal Ey, ich würde es übelst freuen, wenn ihr 200 Daumen da lasst Ich bin, Alter, endlich meine erste Cam erreicht, ne So zusammengeschwitzt, ne Hott rein Und bis zum nächsten Mal Tschüss Geile Scheiße Outro Outro Outro